Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich bei deinem Koffer das Zahlenschloss hier richtig einstellen kannst, damit der Code einfach geändert ist. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Die Grundeinstellung beim Kauf von so einem Koffer ist immer dreimal die Null und wenn ich jetzt hier oben auf Push drücke, dann geht mein Schloss auch schon auf. Doch diese Zahlenkombination sollte sicherheitshalber natürlich geändert werden. Das Schloss hier muss auf alle Fälle offen sein, also dreimal die Null, wie es ja meistens der Fall ist. Und dann haben wir hier vorne mal so einen kleinen schwarzen Pin, den wir am besten mit einem Kugelschreiber eindrücken können. Hierfür hingehen, einmal reindrücken, es macht Klick und wir können unsere richtigen Kombinationen jetzt einstellen. Ich nehme als Beispiel einfach dreimal die Eins, stelle also dreimal diese Eins hier ein. Wichtig hierbei ist auch noch zu sagen, das Drehrädchen hier vorne lässt sich immer nur auf die höhere Zahl stellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder zurück möchte auf die Null, dann habe ich so überhaupt keine Chance, sondern müsste jetzt halt immer weiter, weiter, weiter und nach der Neun kommt wieder meine Null. Doch wie gesagt, dreimal die Eins jetzt. Danach hier oben wieder auf Push drücken und dieser kleine Pin schießt dann wieder hinaus. Ich habe also gedrückt, man hat es auch gehört, dass er rausgegangen ist und somit ist meine Zahlenkombination jetzt auch schon richtig gespeichert. Danach am besten einmal noch auf Funktionen überprüfen. Dreimal die Eins ist eingestellt, das Ganze geht auf und jetzt möchte ich natürlich auch noch wissen, ob es bei dreimal der Null auch der Fall ist. Dreimal die Null einstellen und mein Schloss ist geschlossen und somit habe ich auch schon den Zahlencode hier richtig geändert. Noch als Hinweis, dieses Schlüsselloch hier unten ist für dich nicht gedacht, sondern es ist für die Mitarbeiter vom Zoll, falls sie im Bedarfsfall deinen Koffer öffnen müssen und diesen dann nicht irgendwie aufbrechen, sondern hierfür haben sie einen universellen Schlüssel und damit können sie den Koffer öffnen. Also nicht, dass du denkst, dass du deinen Schlüssel irgendwo verloren hast. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so einen hochwertigen Koffer hier, ein Kofferschloss zum Nachrüsten oder auch so ein Vorhängeschloss zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenersteller zu einem relativ günstigen Preis und das Beste dabei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in einem Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eines von diesen unter sieben hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.